Steven Mills ist Professor für Astronomie. Wundervoll! Er ist ein Fanatiker. Jetzt! Eines Nachts gelingt es ihm, ein Radarsignal in eine andere Galaxis zu senden. Und von dort kommt etwas zurück. Wenn wir von ihm nicht die Transmission bekommen, ist unser Planet im Untergang geweiht. Sie hat 48 Stunden, um ihren Planeten zu retten. Und sie verliert keine Sekunde. Danke sehr. Köstlich. Das war die wundervollste Frau, die ich jemals gesehen habe. Ihnen müssen vor Langeweile die Hosen wegfliegen. Nein. Ich hab sie noch an. Gut. Wir machen Fortschritte, Herr. Sie hat keine Ahnung von der Liebe. Du bist ein Dummchen. Ich meine, warum haben wir das denn nicht die ganze Zeit gemacht? Weil wir uns erst vor drei Stunden kennengelernt haben. Und keine Ahnung vom Frühstück machen. Daddy, findest du das nicht auch ziemlich merkwürdig? Heiratet die Person. Wo hat sie innerhalb von zwei Stunden ein Hochzeitskleid hergekriegt? Trägt sie immer eins mit sich herum, falls man in einen Notfall eintritt? Daddy, deine Frau kommt von einem anderen Planeten. Dan Ackroyd. Deine Stiefmutter ist keine Außerirdische. Kim Basinger. Für einen Astronomen haben sie wirklich wunderbar fabelhafte Fasern. Und sie haben im Moment eine ganze Hand voll. John Norbitz. Baby! Meine Stiefmutter ist ein Alien. Eine Komödie von kosmischen Ausmaßen.